Oh, ich muss glaube ich ranzoomen, wir müssen alle reinscrollen, ich dachte mir gerade was sind das für kleine Kugeln, oh Gott, das ist so eine Rollmap, du kannst aber steuern, du kannst aber steuern, da musst du aber nichts machen, Ihr kennt doch alle Marvels on stream, ja und bei Marvels on stream machst du nichts, ja dann mach halt nichts, mal sehen wann du rankommst, ob du schneller bist als andere, die was machen, ich mach jetzt nichts mehr, ich bin auf jeden Fall hinter Lumi, stell ich schon mal fest und ich versuche Sachen zu tun, okay ich mach jetzt doch was, weil hier muss man nämlich ausweichen, ich wollte gerade sagen, du musst dem Teleporter ausweichen, ne, naja, ja, das ist schwierig mit dem Ausweichen, also du musst doch was machen, ich nehme es zurück, Leute, sorry, ja, als ob das noch als Teleproduziert, ich war doch draußen vorbei, du machst ja nie was, als ob, ah, ich bin außerhalb von der Map, ah, Sono ist noch vor mir, oh, So eine Buße doch immer seitlich, auch Kuchenstücke, das hätte ich da reinfliegen können, ich mach die hübsche Landschaftstour für alle, toll, ich steck fest, Was, ich sag nochmal Okay, die Mitte sollte man, äh, nicht nehmen Ja, aber das Bisschen nicht, wenn du respawnst Ich stünde nicht schnell genug Ich hab die Mitte beim respawn genommen und perfekt genommen, ich wüsste mir sehr Okay, da bist du einfach ein besserer Mensch als ich Ja, vielleicht hab ich auch vorhin schon einfach mehr Schwein gehabt Ja, gute Menschen gewinnen Warum bin ich grad zurückgeflogen, ich bin grad gegen so ne Ecke geflogen, ernsthaft Das ist einfach gute Menschen gewinnen Ich bin so zählig vor mich gekommen Hab ich nicht mal gesehen Ihr seid schon im Ziel? Ich bin in WoW gestorben What? In WoW gestorben? Moment Weil ich nicht hingeschaut hab Und wenn du spielst nebenbei WoW? Nee, nee Nee, nee Das ist jetzt aber schon ganz schön, ganz schön verletzend Ja, wieso? Wir sind so unspannend, dass du lieber WoW nebenbei spielst Nein, nicht Ich muss Du musst nicht Ja, klar Wer zwinkt dich denn WoW zu spielen? Die Daily ist Ach, so ein Quatsch Die Daily ist Weil ich nicht arbeiten will Was, weil du nicht arbeiten willst? Und weil die Dailys kommen Wenn ich das mal meinem Arbeitgeber erzählen würde Oh no Das kann mich verkacken World of Tanks Dailys, ja Das würde auch meiner vollständig verstehen Dein Arbeitgeber Du bist selbstständig Deiner würde es wirklich verstehen Meiner müsste es verstehen Und dem gar nix reistungsüblich bleibt Aber irgendwann wird er wahrscheinlich sagen Wir stellen lieber jemand anderen Oh, das gibt's doch gar nicht Das wird Felix salzig Doch, bei Rolla Doch, bei Rolla Oh, das gibt's nicht Oh, das gibt's nicht Also wenn die andere Leute aufregen Das ist schon so genug Tum Oh, shit Ja, ja Merkst du was? Ich flieg halt auch grad ins Nirgendwo Deswegen hat niemand Mitleid mit dir Ja, weil ich von so sorry war Ich bin so weit hinten dran Lull Lull Ich hab die Todesabkürzung genommen Ich hab grad sagen Gibt's doch nicht ne Abkürzung Wenn die jemand vor mir genommen hat Das ist natürlich bitter Alles klar Xili ist unter mir Auf jeden Fall Die Abkürzung genommen Oben durch die Du kannst oben drüber An einer Stelle Wo du nicht dann 300 Mal Im Kreis fliegen musst Mhm Wahrscheinlich Das ist schon Ich hab's mir zu spät gedacht Auch Kuchen Auch Kuchen Ja, mit Abkürzung Da gibt's nen Kuchen Da musst du Du musst sehr mit dem Kuchen kuscheln Lumi Erfahren Da bin ich rein Und nach dem Wasser hab ich die Oh Gott Ich will gar nicht mit Kuchen kuscheln Ich will Kuchen essen Nimm ein bisschen Da kommst du schneller durch Ey Ich will Jetzt lass mich doch da durch Oh Gott Oh Gott Oh Gott Nein 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 Verdient Moment Welche Abkürzung hatte Lumi da genommen Ich meinte ne andere Abkürzung Komm Lumi 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 ist grad zurückgesetzt wurden Ja Lumi Lumi Was ist denn noch los? Ich weiß gar nicht wie ich das gemacht hab Ah doch ja Warte hier Ja Da What? Ne Lumi trifft nicht Du kannst so durchfallen Ja Ich hab das aus Versehen genommen dort Oh ja aus Versehen Jojojojojojojo Da fehlt einfach ne ne rücksetzpunkt an der stelle Ja Ja Aber du musst halt direkt rein kommen Das macht es glaub ich ein bisschen schwierig Kannst du hier noch runter springen Du kannst bestimmt hier auch Loll Hätst wahrscheinlich komplett durch springen können Wenn du eher abgespungen wirst Ja das haben wir vorhin ja auch gemacht Und da muss man halt eben reinkommen und dann ist blöd Da ist der Kuchen Ist schon vorbei Ich war es nicht so schwer Ja, ich musste mit dem Kuchen ein bisschen mehr. Ich musste wirklich mal ein bisschen nehmen und mir Zeit nehmen, der rauszulassen. Ich hab so Fertigkuchen im Keller, den ich backen könnte. Achso, nee, ich muss noch backen? Nee, dann nicht. Ja, so Fertigteig halt, ein bisschen Milch und Eier dazugeben und ich hab Milch und Eier. Da, morgen gibt's Fertigkuchen. Blumi, ich glaube, ich muss doch eher kommen. Kannst du jetzt auch zwischen Kuchen einfach machen mit Eiern. Also, wenn du mich Kuchen anbiete, kommst du früher. Sieh mal einer an. Kuchen und Bubis? Das ist schon ein großes Plus. Okay, ich liege jetzt die nächste Woche nackt und mit Kuchen auf dem Bauch da, solange du vorbeikommst. Das wird eine Weile dauern, glaub ich. Oh, what? Hä, wo ist es? Aber mich hat irgendwas rausgekriegt. Oh mein Gott. Aber ich weiß nicht was. Das wird, die Stelle ist bitter. Oh, ich hab's nicht gesehen. Tja, das müsste man rausfinden. Das erste kleine Kackbochen. Nö, nö, das zweite. What? Nö, das zweite. Okay, das ist irgendwie verbuggt bei mir, glaub ich, gerade. Was hast du denn da überhaupt ein erstes gesehen? Tja, Lumi, da musst du mal genau hingucken. Ich bin beim Großen rausgeflogen. Nö, Felix. Ich bin beim Großen rausgeflogen. Muschte mal genau hingucken, Lumi, wo da das erste ist. Ich bin viel zu ehrlich, sondern solltest du ja mittlerweile wissen. Und siehst du denn da noch ein Portal? Es gibt zwei Portale, auf jeden Fall. Und ja, du musst das erste nehmen. Ja, das ist unter Wasser. Du musst nur ungefähr treffen. Oh shit. Moment. Echt jetzt? Moment nochmal. Echt jetzt? Wir müssen hier, glaub ich, noch den richtigen Weg finden. Ich hab das Gefühl, ich mach dir grad nochmal den Weg. Echt jetzt? Ja. Okay, also das ist ja völlig barriere. Also die Teleporter setzen sich nicht gern mal zurück hier. Auf dem Werk. Ich war grad an der Decke entlang. Ja, das ist bei mir auch passiert. Ich bin grad fast aus der Map rausgeflogen. Und dann wieder, hab ich aber in die Spur reingefunden, zum Glück. Oh. Das ist mir auch passiert. Was ist denn hier los? Hoi. Das Spiel verwirrt mich. Wieso? Das sind alle Spiele? Nein, nicht alle Spiele. Welche Spiele nicht? Oh, Zweiter wenigstens. Ich gehe zum Teil einfach überall raus. Das ist... Ja, du musst schon drin bleiben. Du musst schon drin bleiben. Und du musst... Du hast keinen Teleporter treffen. Die setzt nicht zurück. Aber... Also ich hab's gemacht, indem ich einfach immer die obere... den oberen Weg genommen hab. Drei, drei. Anstatt in die Teleporter zu gehen. Nein, ich komm mal von mir wieder zurück. Das ist halt Labyrinth. Ich bin halt mit zwölf Punkten hinten, aber mein Gott. Jetzt, Lumi bleibt stehen. Lote den Weg. Wo geht's hier wohl lang? Mal genau gucken. Ah, Smarties sind bestimmt der Weg, weil die sind aus Schokolade. Nee, ist nicht egal. Wenn du den falschen Weg nimmst, wirst du zurückgesetzt. Dings rechts wär's jetzt egal gewesen. Du darfst aber... Ja, Smarties fahren wir den richtigen Weg. Checkpoint, Lumi. Checkpoint. Wey, ihr seid alle schon im Ziel. Das ist überhaupt kein Ansporn mehr hier. Checkpoint. Du hast mal ein bisschen Omo. Ich bleib halt einfach liegen. Ja, genau. Ich mach meine Dailies in Dota, während ich während der Zeit abgeräumt. Wenn du Dota machst, musst du aber auch streamen, Dota. Ich hab nichts gehört. Ich stream's ja nicht. Ich stream ja parallel gerade Golf. Ich kann ja nicht zwei Sachen streamen. Doch, klar. Pip nennt sich die Funktion. Was hält man? Picture in Picture. Da leg ich mal auf YouTube übergehe. Da kann man nämlich wenigstens Musik hören beim Streamen. Nee, kannst du auch nicht. Doch. YouTube hat doch nichts. Aber du hast die Lizenzen nicht. Aber YouTube hat sie. Bei YouTube darf ja auch GEMA-Musik laufen und alles. Ich hab das Gefühl, ich hab hier einen falschen Weg erwischt. Ich bin mir nicht sicher, ob das so soll oder ob das eine Abkürzung ist. Keine Ahnung. Ich bin unten rumgegangen. Ich hab die Abkürzung. Irgendjemand hat mich gestummt. Ich weiß noch nicht, ob ich mich bedanken würde. Links gelingt's. Probieren wir mal. Also ich bin durch den Checkpoint. Ich bin auf jeden Fall auch richtig. Du bist vor mir, Lumi. Keine Ahnung, ob das hier gut ist, wo ich bin. Was? Linus? Linu ist falsch. Lumi, nicht Linu. Linus? Linus Tech-Tipps. Okay, das war scheinbar falsch. Links ging auch. Aber du musst dich entscheiden, ob links oder rechts einfach. Ja, ich war rechts und mich hat's zurückgesetzt. Und jetzt bin ich mitten... Bin links. Ich bin irgendwo. Ich hab links genommen, bin der Meinung, ich bin noch richtig. Du spielst in POE Endless Delph Race. Du hast nicht wieder mit POE angefangen, Olaf. Hörst die Scheiße. Wieso? So voll nice zu spielen. Es gibt ein Endless Delph Race. Das könnte ich ja fast mal probieren. Du spielst kein Power of Excel, mein Freund. Wieso nicht? Ja, das hat gegen Power of Excel. Nicht bevor du deine Bachelor-Arbeit beendet hast. Lumi hat was dagegen. Wir haben Menschen an dieses Spiel verloren. Äh. Was verloren? Ist es verloren, wenn die Leute Spaß haben? Boah, wenn die Leute nichts anderes mehr machen aus ihrem Leben. Aber wenn sie dabei Spaß haben? Dann ist es trotzdem... Bei Drogen hat man auch Spaß. Ja. Aber wenn man dabei Spaß hat? Ich habe jetzt alle drei Wege probiert und... Du hast das voll im Griff. Ich vertraue dir überhaupt nicht, Olaf. Also wieder links ging bei mir bei dem Choose-Ding. Ne, bei mir jetzt rechts. Vielleicht wechseln das immer wieder random. Ihr seid schon durch, wa? Ich bin gerade am Ziel. Als erster. Wo Blumen sind. Scheiße. Waaah! Okay. Jetzt muss ich wieder noch mich festgepackt. Ich habe links genommen, Seelie, dann ging. Ich bin gerade mit Sonne durch die Bäume durch. Ich bin gegen den Baum gesprungen und bin zwei Kilometer nach rechts weggeflogen. Ich blicke überhaupt nicht mehr durch, wo ich bin. Ich werde ständig irgendwo hingesetzt. Also Lumi, du müsstest gleich am Ziel sein. Und die anderen sind, glaube ich, auch fast durch. Boah, ich hab's da! Komm, du warst zwar vor uns stimmen, aber du bist stehen geblieben. Das macht mich sehr traurig und ich weine dir jetzt. Das ist in Ordnung, Olaf. Dafür deinstallierst du Perf of Exile. Dann trollst du dich die Mama auf. Es gibt vier Wege bei Choose Your Way. Du kannst rechts richtig und falsch fallen. Ja. Das ist natürlich bitter. Dann würde ich doch ja links nehmen. Links funktioniert bei mir auch nicht. In die Mitte fällst oder was? Bei mir hat es funktioniert. Musst du mal mit A drücken die ganze Zeit im Rohr. Lumi ist auch im Ziel. Ich hab noch aufs Ziel. Nein, das kann ich auch nicht. Hi, tschüss, Xenny. Jetzt ist Lumi im Ziel. Ich hab nur mehr geschlossen. Ich glaub, wir werden die eine Minute wieder und wird sich noch hoffen. Ja, ich wollte nicht. Haka, du bist immer noch da. Ja, das hat schon bestimmt zehnmal Choose Your Way gemacht. Du kannst auch links falsch fallen, wenn du unten mal die Rohr warst. Ja, aber wenn du ganz links gehst, ist es... Nee. Du musst vielleicht doch in die Mitte kommen. Du musst in die Mitte kommen. Komm. Komm, in die Mitte. Komm, in die Mitte. Ja, aber dann hatte ich Glück. Ja, ich auch. Ich hab nämlich auch überhaupt nicht drauf geachtet, wo ich hinfalle. Ich auch nicht. Ich hab einfach richtig gefallen. Ich bin bitte. Ja, dann versuch jetzt mal nach links zu fallen und nach rechts zu lenken, während du links fällst. Oder in die Mitte nehmen und nach links lenken. Oder in die Mitte und nach links lenken. Aber du kannst auch, genau, links jetzt nach rechts drücken, nach rechts drücken. Jawohl. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ja. Gut. Ja, da war ich vorhin schon mal. Nee, oder? Nee. Dann musst du den Weg nehmen, links oder rechts. Da musst du durchrollen. Ja, ich bin mitten durchgerammelt. Ja, das ist schlecht. Okay. Mitten rein rammeln ist nie eine gute Idee. Ja. Schon gucken, was da so rumliegt. Wobei, manchmal macht es mitten rein rammeln auch Spaß. Aua. Aua. Haps. In der Tat. Warum? Aua. Oh Gott. Hör. Wenn du was willst, dass du so weit drüben. Wenn es feucht genug ist, macht es Spaß. Haps. Huuu. Ja, da war die Zeitung. Oh, professional. Deswegen konnte ich, als ich noch feste Schichtzeiten angeben musste, auch nicht mittags einfach streamen, weil man dann gesehen hat, dass ich nicht habe. Schön, Zilli, wie du da einfach raus bist. Ja, ne? Das sah gut aus. So. Oh, what? Oh, Moment. Wir sind schon auf der nächsten Map. Ich habe keine Falle. Wow. Nee, ich habe eher gedrückt. Lumi spielt halt wirklich Marbles on stream. Ja, irgendwie schon. Aber es funktioniert gar nicht so schlecht. F-drücken ist auch eine schlechte Idee. Habe ich festgestellt. Aber ich glaube, ich hatte eh... Ich glaube, ich hatte eh keinen Checkpoint. Ja, das... Habe diese scheiß Hochhäuser hier? Oh Gott. Ja, doch. Da waren wir schon. Die Banden sind einfach nicht hoch genug. Na, aber ich war nicht... Du bist drüber geflogen wahrscheinlich, Sono. Wenn du so schnell warst. Ja, ich habe eher gedrückt. Keine Ahnung. Oder R ist komplett immer reset. Wenn du R... Da hättest du F drücken müssen, dann zum... Ja, ist immer reset. Ja, aber hättest du mal reset drücken können, dann wärst du wieder beim Checkpoint gewesen. Ja, jetzt sehe ich wieder nix mehr, weil ich in dem Haus drin bin. Ja. Ey, das ist manchmal mit der Kameraführung schon ein bisschen anstrengend. Hä? Du wärst nur rausgezoomt. Ja. Hab ich ja nicht. Nein, nein. Warte. Spielt ihr nicht First Person? Nee. Nee. Ich glaube, da würde mir schlecht werden. Ben überholt mich einfach. Sexkerl. Der wer? Der Ben. Der Dreckskerl. Der Dreckskerl hat da überhaupt. Hörter. Du, der kannst du nicht machen, du. Das ist ein Verbrecher. Das können wir nicht einfach so durchgehen lassen. Das ist dieses Fake-Schweizerisch jetzt bei dir wirklich unter aller Erotik. Du bist jetzt von Bayerisch auf Schweizerisch. Ja, das ist alles das Gleiche. Alles das Gleiche. Erster! Ja, löschen. Ich bin zwei, oder? Da freue ich mich immer noch drüber. So, dann muss man weit hinten reinkommen. Find ich gut. Ja, komm schon, komm schon, komm schon. Lumu, seitlich muß. Lumu. 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 Lumu ist mein Lieblings-Humus. Du musst seitlich beschleunigen. Ein Freundscher-Versprecher. Lumu ist mein Lieblings-Humus. Alter. Ein Freundscher-Versprecher. Lumu. Bei mir war das vor allem komplett nicht da. Bei mir ist er einfach mitten in der Luft und ist er angehalten runtergefallen. Bei mir zeigt es das völlig synchron an. Wird mir nicht. Wird einfach angehalten. Was machst du da? Abkürzungen. Er will wieder Abkürzungen nehmen. Nein, ich spiele nicht Phasmophobia. Doch, Lumi, spiel Phasmophobia mit uns. Nein. Doch. Ich hab ne Angst vor, ich will das nicht spielen. Naja, das ist so ein bisschen Grusel in Gesellschaft. Ich will Phasmophobia auch nicht spielen. Ich bin ja nicht bescheuert. Ach komm. Weil du nur bist. Ich bin cool, ja, ich folge den Trends nicht. Ich bin nur beschwert für es schon, dass ich mir einmache, wenn ich abends 2 Uhr wach werde oder so in Kira steht, zum Beispiel mit leuchtend gelben Augen direkt auf der Scheiße. Das ist ja auch unheimlich. Da entfleucht mir manchmal schon so ein leichter Pups. Wow. Das ist tatsächlich Angst. Wow. Stell dir vor, da steht so ne schwarze, du hast grad irgendwas. Du weißt, was du so ne Katze hast. Ja, aber da steht jemand und hat so leuchtend gelbe Augen, guckst direkt da rein und denkst so, fuck, Alter. Das war's. Das war's. Oh, ich flieg. Oh, ich flieg auch. Wo bin ich überhaupt? Hilfe? Bin ich noch auf der Map? Ah, man fliegt aber schnell hier raus, ne? Man kann nicht so einfach skippen. Doch. Quillig bin ich immer noch vorher. Äh, Sono hat schon relativ viel geskippt mit seinem Schwung gerade. Ich bin jetzt zu. Ich flieg hier mal raus. Oh, no. 1.000 Korbwürfel. Ich hab, ich will das spiel nicht. Boah. Da will ich keine Dresse dran. Ach man, jetzt komm schon. Ne, 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 ne. Fuck. Ihr seid schon alle voll weit weg. Ne, wir haben auch Sono und ich hab auf jeden Fall dreimal schon gerestet. Scheiße. Ich bin euch aber nicht geblieben. Wir sind immer hinter dir. Oh, Checkpoint. Endlich den ersten. Oh, Checkpoint. Okay, Moment, what? Irgendwie war doch vor uns. Der hat doch die ganze Zeit einen Checkpoint schon. Dieses scheiß Bonbon. Ui, ich darf den Checkpoint nicht verspringen. Hoch, hoch, das hab ich mir auch gerade gedacht. Schnell zum Checkpoint rein. Jedes Mal. Jedes Mal, wenn ich tot bin. Ich bin über den Checkpoint gesprungen. Ach, Xenius, dass der hier ist. Jetzt bin ich wieder beim Start. Hä? Moment. Ich wollt grad sagen. Alter, lecko Mio, ey. Zwei Prank. Und das wär ich ja auch beim Start gewesen. Ist ja blöd gewesen. Blöd. Das ist unterm Start nochmal. Boah, das gibt's doch gar nicht, ey. Gibt's doch gar nicht. Doch, bei Roller. Huuu. Gibt's doch gar nicht. Ich meine, ich krebs die ganze Zeit beim zweiten Checkpoint rum. Das ist doch nicht euer Ernst. Oh, ne. Unlustig as fuck. Endlich hab ich ja an dem Bonbon vorbeigeschafft. Ach, das Bonbon? Das ist aber echt nervig. Ja, da bin ich auch gerade. Wir sind ja jetzt bei den Erdbeeren. Oder Himbeeren. Ähm, ich spring da mal ein Stück weit. Ich glaub, ich hab einiges übersprungen gerade an Hindernissen. Oh, oh, oh. Ziel! Ja! Erster! Gegen Sonos Boost-Spiel gewonnen hier. Sonos hat genauso geboostet. Du guckst auch, ob er seitlich nen Boost ist. Du bist genauso schnell gewesen. Ich auch sogar schneller. Scheiß. Also mit W wär ich nicht so schnell wie du. Du bist an den Sandsäcken hängen geblieben. Ich bin an der blöden... Hier bin ich hängen geblieben, Mann. Hier, das ist geil. Das ist nicht dein Ernst. Was ist denn das? F drücken und einfach rollen lassen, Lumi. Nicht steuern. Oder halt schnell genug sein und überspringen. Okay, das war jetzt ohne steuern. Also so hat's bei mir funktioniert. Okay, ich hab am Anfang gesteuert. Ich nehm jetzt die Hände ganz weg. Ihr seid hier. Marvel Run, Marvel Run, Marvel Run. Seh nicht, ich glaub, du kannst gar nicht zugucken. Von daher ist es ein bisschen fies, Lumi-Tipps zu geben, weil du gar nicht weißt, wo sie ist. Nee, genau an der Stelle hab ich auch einfach die Hände von der Tastatur genommen. Ja, er hat recht. Klopp und damit ist es durch. Ich hab das einfach übersprungen. Ich bin einfach von oben, von der Kante. Ohne diese komische Chance. Hör doch auf, mich das Cheater zu bezeichnen. Außer haben Cheater kleine Schwänze, also kann ich kein Cheater sein. Nein, die Arschlobose. Ich kann trotzdem kein Cheater sein, auch wenn es mit dem Kurze geht. Das machen Cheater auch so. Ja. Nee, nee. Bei Lumi rattert's grad noch ein bisschen, aber sie versteht dann meinen Spruch gleich. Nee, ich hab ihn immer noch nicht verstanden, aber ich hör auch nur die Hälfte, weil immer jemand dazwischen quatscht. Cheater haben kleine Schwänze, also kann ich kein Cheater sein. Ich hab keine Schwänze. Pick or didn't happen. Ist du wirklich ein Bild haben, Felix? Ja, wobei, ich will es ja wie auch sehen. Ja, deswegen. Ich mach dir eins. Aber dann müssen wir es auch an Chris schicken, sonst ist der echt traurig. Das zählt wie der etwas anderen Art. Eigentlich war der Deal mit Chris, ne? Wenn ich mit Ben was habe, muss ich ihm ein Bild schicken, aber... Äh, ist ja dein Deal. Ich bin dann doch durchgesetzt. Nicht meiner. Oh Gott. Ui, ui. Oh Gott. Wer schickt jetzt Schwänze an wen? Du schickst uns deinen, Olaf. Einmal bitte in meinem Discord bei lustige Bilder posten. Warum lustig? Das ist ernst. Bei Discord darf man das doch machen, oder? Da wär ich nicht gleich gebannt, wenn jemand mir einen Schwanz bildet, meinen Kanal postet. Nö. Das ist dein Ding, was du in deinem Kanal für Bilder postest. Deine Dickpics, deinen Kanal. Aber es kann sein, dass Sift dich löscht und bannt. Weil ich hab das noch nicht mit ihm abgesprochen. Aber du kannst einfach ein NotSafeForWork-Kanal einbauen. Eben. Ich hab wieder grad was übersprungen. Ich glaub, ich will keinen NotSafeForWork-Kanal. Ja, wieder so süß. Vielleicht ein NotSafeForLife-Kanal. Ach, shit. Bei dem Einen-Kanal gibt's sogar ein Bot für den NSFW-Channel. I-Sie. Der postet dann automatisch Dickpics, oder? Ja, du musst dann nur Ausrufezeichen, ja. Ausrufezeichen, Penis machen und dann kriegst du ein Penisbild. Ey, Sono, um das Ding kannst du drumherum fallen, ne? Ja, du hast dich weggedrängt. Ja, du hast dich weggedrängt. Ja. Du hast den großen Bogen gemacht. Wo ist denn hier noch was Spannendes? Hast du nur noch Sono und Lumi? Oh, schade. Sono ist sie auch noch drin? Ja, jetzt ist sie gerade im Ziel, langsam. Wollt ich grad sagen, ich bin doch ganz hinten, ey. Ich hab gewonnen, ey. Ich hab gewonnen, ey. Wollt ihr noch mal ein normales Golf spielen? Ne. Ja, doch, normales. So zum Abschluss? Die Flo haben wir denn, du musst doch ins Bett. 8 vor 10. 21.